Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich fordere alle Beteiligten hier auf dieser Brücke auf, die Brücke freizumachen für den Straßenverkehr Wir melden jetzt eine spontane Demonstration an, werden es zu dem Zweck für diese Demonstration dort auf diesem Platz versammeln, damit wir das abräumen auf dieser Brücke vom Heiden Die spontane Demonstration führt nach Fröhls Lassen Sie uns jetzt für zwei Minuten auf den Barglas Das ist nicht offen Das ist lausend, weil wir uns hier im Ball aufhören Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist auch bald vorbei mit dem Kugel Was ist das schon? Jeder zweite Einstehung Das ist die ganze Zeit, die wir uns hier nicht mehr auf der Brücke 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 auf der Br Untertitelung des ZDF, 2020